Wissen Sie eigentlich, was päpstlicher Plunder ist? Königin Elisabeth, nein nicht die zweite, sondern die erste von England, die hielt überhaupt nichts von Reliquien. Doch wie sich die Zeiten ändern, König Charles, der älteste Sohn von Elisabeth II., der hat sich von Papst Franziskus eine ganz wertvolle Reliquie schenken lassen. Zwei klitzekleine Splitter vom Heiligen Kreuz, an dem Jesus Christus vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde. Die Holzreste, die werden jetzt in das Kreuz von Wales eingearbeitet, welches den neuen König von England am Tag seiner Krönung leiten wird. Ich finde, das ist keine schlechte Idee vom Papst. So hat Franziskus dafür gesorgt, dass ein starkes Zeichen der Gegenwart Jesu Christi, dessen irdischer Stellvertreter der Papst ja ist, die Krönungsprozession anführt. Der neue König Charles folgt dem Kreuz Christi und stellt sein Amt und seine Person unter den Schutz des Gottessohnes. Ein sehr gutes, weil für alle doch verständliches Zeichen. Man muss übrigens nicht glauben, dass diese Splitter vom Kreuz unbedingt echt sind. Kritiker, die haben ja vielfach darauf hingewiesen, dass alle verehrten Kreuzsplitter weltweit vermutlich für einen ganzen kleinen Wald reichen würden. Aber es wird ja auch niemand gezwungen, an solche Reliquien zu glauben. Man darf sie also ruhig als päpstlichen Plunder bezeichnen. Jeder aber, der die ersten Schuhe seiner Kinder oder das verschwitzte Laufshirt vom ersten Marathon aufbewahrt oder vielleicht stolz die Uhr von seinem Großvater trägt, der weiß, dass solche Erinnerungsstücke eben doch mehr sind. Sie helfen, große, einzigartige Momente unseres Lebens festzuhalten. Sie helfen uns, wenn wir auf unser Leben zurückschauen. Sie geben uns Halt und Orientierung auf unserem Lebensweg. Und ein Papst, der dem König Jesus Christus mit auf den Weg gibt. Was ist das denn für ein wunderbar frohmachendes Zeichen, was für eine wunderbare frohe Botschaft.